Musik Olaf Patzki, ich bin der stellvertretende Wachenleiter, Amtsleiter der Feuerwehr Schwerte. Beim Eintreffen der Feuerwehr, wir waren die erste Einheit vor Ort, war die Fensterscheibe der Brandwohnung bereits geborsten und es schlugen meterlange Flammen aus dem Fenster heraus. Und nach Aussage der Anwohner, die hier im Bereich der jetzigen Flächen angeordnet sind, gab es Schreie, Hilfeschreie aus der Wohnung. Daraufhin hat die Feuerwehr sofort mit der Menschenrettung mit zwei Trupps unter Atemschutz begonnen. Wir sind über den Treppenraum vorgegangen und haben nach circa 15 Minuten intensiven Suchens in der Brandwohnung auch eine Person leider tot vorgefunden. Die Wohnung wurde daraufhin weiter gelüftet. Es wurde weiter kontrolliert, ob eine zweite Person in der Wohnung ist. Dem war glücklicherweise nicht der Fall, sodass daneben der normalen Brandbekämpfung auch die Wohnung gelüftet wurde und das Umfeld weiterhin auf Brandnester untersucht worden ist. Der Wohn-Schlafbereich und ein Nebenzimmer, zwei weitere Räumlichkeiten, wurden weitgehend nicht in Mitleidenschaft gezogen, da die Wohnungszimmertüren dort geschlossen waren. Die Brandwirkung, die Brandausbreitung in der Wohnung war so intensiv, dass die Scheibe schlagartig geplatzt ist und somit natürlich dann auch die Flammausbreitung im Freien deutlich sichtbar war. Also praktisch, die Wohnung ist durchgezündet. Es ist schon eine Verpuffung, wo sich schlagartig das Feuer entlädt. Man spricht dann auch von einem sogenannten Flash-Over, Feuerüberschlag. Und der hat hier heute definitiv stattgefunden. Die Person wurde im Bereich des offenen Fensters an der Brandwohnung in unmittelbarer Nähe auf dem Fußbodenbett vorgefunden. Stromgaswasser der Stadtwerke sind vor Ort. Die klemmen die Stromversorgung für die betraffene Wohnung ab. Die anderen beiden Nutzungseinheiten sind voraussichtlich noch nutzbar. Wir waren am Anfang mit fünf Rettungswagen, zwei Notärzten und einer Hubschrauberbesatzung auch in Form eines Notarztes vor Ort. Das ist eine reine Vorsichtsmaßnahme, weil wenn Sie denken, dass die durchschnittliche Belegung einer Wohnung durchaus vier, fünf, sechs Personen sein kann, dann müssen Sie bei einem solchen Brandereignis auch damit rechnen, dass mindestens fünf, sechs oder teilweise sogar mehr Personen von dem Ereignis betroffen sind. Und deswegen ist gerade in der Erstintervention es notwendig, mit hinreichendem Personal im Rettungsdienst vor Ort zu sein. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen. Die Brandwohnung ist jetzt ein Tatort und wir werden weitersehen. Deine Ahnung! Achtung! Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020